Wie hieß der erste deutsche Bundeskanzler? War es A Angela Merkel, B Konrad Adenauer oder C Gerhard Schröder? Sommerzeit ist Ferienzeit und da ist Geschichte erstmal kein so großes Thema, aber wir haben uns gedacht, wir bringen Geschichte auf die Straße, nämlich hier nach Mainz und gucken mal, wie fit die Mainzer in Geschichte sind. Unser MrWissen2Go-Geschichte-Team ist am Start und hat wunderbare Dinge mitgebracht. Diese T-Shirts hier mit dem Logo drauf, zur Verfügung gestellt von Funk freundlicherweise und eine Kühltruhe mit Eis. Kann man gut gebrauchen bei diesen Temperaturen. Das kann man gewinnen hier in Mainz, man muss so die Fragen richtig beantworten, die hier auf meinem Tablet sind. Alles geschichtliche Fragen, manche schwierig, manche nicht ganz so schwierig und ihr könnt natürlich zu Hause auch schön mitraten und gucken, ob ihr euch vielleicht auch so ein Eis oder so ein T-Shirt verdient hättet. Schauen wir mal. Wer war der letzte amtierende deutsche Kaiser? War es Wilhelm der Erste, der Zweite oder Wilhelm der Dritte? Das ist eine gute Frage. Der Dritte. Dritte? Ich glaube auch Wilhelm der Zweite vielleicht. Nehmen wir die Mitte. Die Mitte? Ich glaube der Zweite. Der Zweite, ganz sicher. Was meinst du? Ich schließ mich an. Ist richtig, hervorragend. Also schon mal eine richtige Antwort. Wie hieß die französische Regierung, die mit den Nazis kollaborierte? War es A, das Vichy-Regime, die Vichy-Regierung, B, das Nivea-Parlament oder C, die Chanel-Demokratie? Chanel-Demokratie. Vichy-Regierung? A. Vichy. Ja. Ich würde jetzt mal sagen A. Vichy-Regierung. Vichy. Wie kommst du drauf? Ich hatte französisch in der Oberstufe und da hatten wir das mal. Und da haben wir auch über so Beauty-Produkte geredet und da wurden auch so Witze draus gemacht. Weil Vichy ist ja auch eine Beauty-Marke und ja, deshalb wusste ich das jetzt nicht. Vorrang, ja, hat gestimmt. Aber es geht noch weiter. So schnell lasse ich euch hier nicht frei. In welchem Jahr bekamen Frauen das Wahlrecht? Oh, das ist eine gute Frage. Überleg mal. Weimarer Republik auf jeden Fall. 1819. Ich schlag dir mal ein paar Dinge vor. Weimarer Republik 1819 ist nicht ganz so richtig. Das waren dann vielleicht 100 Jahre später. Aber also zur Auswahl A. 1876, 1919 und die dritte 1970. 1870. Ne, 19. Ich sag auch 1919. 1919. Das hab ich gemeint. Hast du gemeint. Ja, ist auch richtig. Welcher Generalsekretär der kommunistischen Partei öffnete die Sowjetunion durch Glasnost und Perestroika in den 1980er Jahren und versuchte, das Wettrüsten mit den USA zu beenden? War es A. Leonid Brezhnev, B. Michael Gorbatschow oder C. Leo Tolstrotzki? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab absolut keine Ahnung. Politik ist absolut gar keine Ahnung. Ich glaub, ich würd mal sagen. A. Brezhnev. Ja. Ganz sicher? Du hast nur geraten. Ich hab absolut keine Ahnung. Es wäre leider Gorbatschow gewesen. Wie heißt der Physiker und Vater der Relativitätstheorie, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft Nazi-Deutschland verlassen muss? Äh, Einstein. Wie heißt der mit Vornamen? Albert. Welcher deutsche Bundeskanzler kniete 1970 als Zeichen der Reue und Demut in Warschau vor den Opfern des Warschauer Ghettos? Welcher Bundeskanzler war das? A. Helmut Kohl, B. Willy Brandt oder C. Gerhard Schröder? Also Helmut Kohl sitzt ja im Rollstuhl. Der kann ja schlecht knien. Ich sag Willy Brandt. Konrad Adenauer oder Willy Brandt, aber ich bin mir selbst nicht sicher. Willy Brandt. Was hattest du noch? Willi Schröder, ne? Gerhard Schröder oder Willy Brandt? Ja, ich würde sagen Gerhard Schröder. Ich geraten. Das ist leider nicht richtig. Es wäre Willy Brandt gewesen. Welcher Feiertag wurde 1923 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber ins Leben gerufen, um mehr Blumenstrom zu verkaufen? Ja. Noch ein anderer Tag, an dem er viele Blumen verschenkt. Muttertag? Muttertag. Richtig, hervorragend. Eine richtige Antwort. Muttertag ist tatsächlich von der Blumenindustrie ins Leben gerufen worden. Welches Gebäude steht symbolisch für den Beginn der französischen Revolution? Sturm auf die Bastille. Damit begann die Revolution. Ah, Experte in Geschichten. Überhaupt nicht. C. Louvre. Ja. Louvre ist so ein Kunstmuseum. Ja. Und du meinst, das wäre der Auslöser der französischen Revolution gewesen, weil da hässliche Kunst drin war? Dann Bastille wahrscheinlich. Da kann ich sagen, richtig, hervorragend. Ich hatte Gigi Elkka damals, wo sie mir übrigens sehr viel weitergeholfen haben mit ihren Videos. Das freut mich, danke. Wie nannte man den Feldherrn des 30-jährigen Krieges Albrecht Wenzel, Eusebius von Waldstein auch? Äh, Wallenschein. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hast du vorher hier die Fragen angeguckt? Wann hat denn der Erste Weltkrieg begonnen? War es A. 1939, B. 1785 oder C. 1914? 14. Ganz sicher? Ja. Ja, ist richtig. Perfekt. Zweite Frage. Wie hieß der erste deutsche Bundeskanzler? War es A. Angela Merkel, B. Konrad Adenauer oder C. Gerhard Schröder? Tja, naja, aber immerhin eine Frage richtig beantwortet. Ein Geschwisterpaar protestierte während des Dritten Reichs an der Universität München gegen die Nazis. Wie hießen die beiden mit Nachnamen? Sag du mal was. Geschwister, die gegen die Nazis protestiert haben, die haben Flugblätter... Scholl. Ja, hervorragend. Woher weißt du das? Geraten. War ziemlich gut geraten. Weil die Leute bekannt sind. Okay, so, also jetzt du bist echt der Endgegner hier. Dann machen wir nochmal weiter. Marie Curie war nicht nur die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt. Sie war sogar die erste Wissenschaftlerin, der gleich zwei verliehen wurden. In welchen Disziplinen? A. Architektur und Maschinenbau, B. Deutsch und Biologie oder C. Physik und Chemie? C. So, also, ich glaube, jetzt müssen wir noch was ausdenken. Die Fragen sind alle zu einfach für dich. Volgograd ist der heutige Name welcher Stadt, in der eine berühmte Schlacht im Zweiten Weltkrieg stattfand? A. Stalingrad, B. Moskau oder C. Smolensk? Stalingrad. Stalingrad. Wie heißt das letzte Drama von Friedrich Schiller, das um einen Schweizer Freiheitskämpfer handelte oder von ihm handelte und später von Hitler verboten wurde? Keine Ahnung. Drama von Friedrich Schiller. Ähm, der Vorname des Helden ist Wilhelm. Wilhelm Tell. Hast du noch nie gehört? Doch, habe ich jetzt gehört. Ja, okay. Zum Ersten. Ich habe schon davor gehört. So, jetzt, das kriegst du nicht raus. Winston Churchill hielt welche berühmte Rede gegen Hitler? A. Die Blutschweiß- und Tränenrede. B. Die Trauer-, Wut- und Angstrede. Oder C. Die Boden-, Luft- und Seerede. A. Warst du schon mal bei Wer wird Millionär? Nee. Solltest dich mal anmelden. Ich guck mal, ja. Also ich muss sagen, die Mainzer sind schon ganz schön fit in Geschichte. Gut, der eine oder andere hat vielleicht noch so einen kleinen Anschubser gebraucht, aber dann hat es ganz gut geklappt. Bin stolz auf euch, liebe Mainzer. Und was ich jetzt mal gerne von euch wissen würde, ist, wie heißt denn der Typ, der hier oben über mir steht und gerade auf euch herabblickt? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Und was ich auch mal ganz spannend fände von euch zu wissen, wie fandet ihr das denn, wenn wir hier so durch die Stadt gehen, ein kleines Geschichtsquiz machen? Sollen wir es auch bei euch in der Stadt machen? Wenn ja, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, in welche Stadt wir gehen sollen. Hier neben mir geht es weiter mit einem aktuellen Video von uns über die DDR und direkt darunter ein Video über die Geschichte der Deutschtür. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.